Nachdem wir uns die 16 Lebensmotive in den letzten zwei Kursen einzeln angeschaut haben, sind Sie jetzt sicher interessiert, welches Ihre Motive und Antreiber sind, wie Sie also gestrickt sind. In diesem Seminar geht es natürlich wesentlich darum, dass Sie erkennen, wie Ihre Mitarbeiter ticken und dass Sie auf der Basis des Reißprofils besser führen und motivieren können. Aber vorher geht es jetzt erst einmal um Sie. Wir wollen Ihnen zeigen, dass das Reißprofil einer Führungskraft auch helfen kann, sich selbst besser zu führen. Und wir halten das für eine gute Voraussetzung, um auch andere gut zu führen. Deswegen werden wir uns mit zwei Dingen in diesem Kurs beschäftigen. Zuerst geht es um Ihre eigene Motivstruktur. Und dann werden wir uns anschauen, welcher Führungsstil sich aus Ihren Motiven ableitet und wie der auf andere wirkt.